Karin Unglaub, der Scheiß-Typ! Hast du doch mal ein Lied geschrieben? Nein! Hat er mir damals nicht gesagt, dass er es von mir hatte? Ey, ich hab ein Lied über jemanden, den ich kenne, bist aber nicht du! In meiner Navität habe ich es natürlich geglaubt! Das ist meine Mama, es ist auch nicht! Sind doch die beiden Leute die ganzen! Ah, passt nicht, passt hier! Wir sind die beste Länder der Welt! Es ist ja nicht so, dass wir uns in der Außenland fährt, ja? Es gibt so Bücher, wo drüben steht, und wir sind die beste Länder. Wir haben alle unsere... Es gibt den meisten Menschen der Welt, es gibt den höchsten Ausländen, die beste Länder sind wir. Wir haben alle vom Arbeitsamt... Hallo? Fahri? Fahri? Bela? Sami? Jammerz? Ja, tut mir leid. Wie lange sind wir schon arbeitslos? Oh, so eine Woche? Okay, hier ist ein Job frei. Bestes Länder der Welt. Habt ihr Interesse? Wir... Hier steht im Übel! Wasami auszuhegeln, Wagen auszuhegeln, jetzt ist es endlich Rotterabend! Rotter hat seine Karriere als Scheiber hat aufgegeben, weil er hat gesagt, bei euch ist es mehr drin, Jungs! Ladies! Die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme bei den Ärzten! Der Neue! Rodrigo Lönshaus! Okay, da ihr jetzt zum ersten Mal auf Ärzte konntet sein seid, denkt ihr wahrscheinlich, ja, dass sie reden. Genau. Ist schon, äh, ein schnittig die richtige Richtung. Aber noch eine Sache. Grundsätzlich, wenn Bela was sein, müsst ihr danach folgendes machen. Schmacht! Bela, sag mal bitte. Wat? Bela, sag mal bitte. Oh!